Wir legen los. Herzlich willkommen zur White Life Zeit am Sonntag. Schön, dass ihr wie immer einschaltet. Hier zu den Artenschutz News. Ich habe eine Menge Neuigkeiten für euch und ich hoffe mal, dass Burschi sich jetzt gleich hier nochmal blicken lässt. Er ist schon wieder hier am rumtonen. Deswegen sind wir auch gerade ein bisschen später. Er ist nämlich hier gerade durch das Büro und hat das halbe Büro abgerissen. Aber ich hoffe, er verhält sich jetzt artig. Ja, schön, dass ihr alle einschaltet zu den Artenschutz News und gleich vorab möchte ich natürlich wieder mal ein kleines Rätsel zwischendurch einbringen. Und zwar werden wir das am Ende auflösen. Ich habe jetzt was mitgebracht und zwar hoffe ich mal, dass man das sehen kann. Und zwar ist es nämlich dieses Ding hier. Guckt euch das ganz genau an und dann hoffe ich mal, dass ihr das in die Kommentare reinschreiben könnt. Wenn ihr wisst, was das hier ist, schreibt es in die Kommentare und wir werden auf jeden Fall später klären, was es am Ende war. Ja, ganz am Anfang möchte ich euch die Artenschutz News mitteilen, bevor wir dann gleich über das Thema Grimpinger Hof sprechen. Wer nicht weiß, was das ist, ich lehre euch auf jeden Fall gleich auf. Und zwar geht es am Anfang um eine sehr, sehr traurige Nachricht. Und zwar ist nämlich der AD-Zoodirektor vom Zoo Hannover gestorben. Und zwar der Lothar Dietrich. Und der ist im Alter von 89 Jahren gestorben, war schon etwas länger in Rente, aber hat sein ganzes Leben lang tatsächlich auch für den Artenschutz gekämpft. Deswegen möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle mein Beileid an der ganzen Familie äußern und auf der anderen Seite auch euch nochmal kurz mitteilen, dass der Zoodirektor Lothar Dietrich wirklich sehr, sehr viel für den Artenschutz getan hat und auch die Tierhaltung in Zoos quasi renommiert hat. Und zwar stammt nämlich von ihm die Idee des Hannoverischen Grabenprinzips. Das bedeutet nicht irgendwie, dass die Tiere in irgendwelchen Fallgruben gehalten werden, sondern dieses Hannoverische Grabenprinzip ist also eine ganz, ganz neue Art der Tierhaltung gewesen. Vor vielen, vielen Jahren fing er da schon damit an und hat also die Tiere hinter trockenen Gräben gehalten. Die Tiere können rein theoretisch aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten ihre Gehege verlassen. Ich habe schon ganz oft darüber berichtet. Machen sie aber nicht, weil die sich nämlich in ihrem Gehege, also in ihrem Zuhause Nummer 1 sehr wohl fühlen. Und das hat der Lothar Dietrich erfunden. Also quasi diese Graben sind auch nicht irgendwie 10 Meter breit und 4 Meter tief, sondern das sind ganz schmale Gräben. Und die Tiere gewöhnen sich einfach dahinter, weil sie wissen, okay, das ist jetzt hier meine geologische Grenze. Da habe ich auch keine Lust drüber zu gehen. Nur im absoluten Notfall können die Tiere natürlich da drüber springen. Machen sie aber nicht, weil sie sich also in ihrem Gehege, also in ihrem Zuhause Nummer 1 sehr wohl fühlen. Ja, für die Leute, die quasi nur zuhören, also quasi unsere Podcast-Zuschauer, die Wildlife-Zeit gibt es ja auch als Podcast, die haben natürlich jetzt nicht gesehen, was ich hochgehalten habe. Als kurzer Tipp nochmal zwischendurch. Und zwar ist es also ein sehr, sehr drahtiges Gebilde, komplett in schwarz. Vorne ist es etwas dicker, hinten ist es verjüngt und es zwirbelt sich so ein bisschen auf und es fühlt sich ein bisschen an wie Plastik. Stammt von einem Tier, aber von welchem genauen, das sagt ihr mir am besten. Deswegen immer weiter raten, die Zuschauer hier bei Instagram, die schreiben es in die Kommentare rein und die YouTube Zuschauer können es auch in ihre Kommentare reinschreiben. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Jetzt kommt hier schon mal ein Halspanther zwischendurch. Super witzig. Nach dieser traurigen Nachricht aus Hannover möchte ich also eine sehr, sehr positive Nachricht aus dem Zoo Frankfurt euch mitteilen. Und zwar gibt es nämlich da seit dem 1. März, die Wildlife-Zeit hat auch darüber berichtet, den sogenannten Artenschutz-Euro, der also freiwillig an der Kasse pro Gast ein Euro abgetreten werden kann. Und das Projekt ist sehr, sehr erfolgreich. Immerhin kamen bis heute, also seit dem 1. März bis heute, 50.000 Euro für Artenschutzprojekte zusammen. Und das Ganze wird wahrscheinlich von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ja, an die Artenschutzprojekte verteilt ist also eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion gewesen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nach Frankfurt, dass es so gut klappt und dass sich so viele Menschen für den Artenschutz begeistern und ihr am Ende so viel bewegen könnt. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt wurde übrigens früher von Bernhard Djemek gegründet. Und Bernhard Djemek ist sicherlich einer der berühmtesten Zoodirektoren der Welt. Er hat nämlich auch mit dazu beigetragen, dass die Serengeti, wie wir sie heute kennen, überhaupt entstanden ist, beziehungsweise erhalten bleiben werden konnte. Und jeder kennt den Film Serengeti darf nicht sterben. Ein Produkt von Bernhard Djemek, genauso wie seine Arbeit als Zoodirektor im Zoo Frankfurt und die Gründung der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung an dieser Stelle, die jetzt übrigens auch eben mit den Artenschutz-Euro unterstützt wird. Tolle Nachrichten gibt es auch aus dem Zoo Neunkirchen. Und zwar entsteht da nämlich jetzt eine Auffangstation für Wildtiere. Das heißt, verletzte Tiere können jetzt also quasi in den Zoo gebracht werden, können da versorgt werden, hoffentlich gesund gepflegt werden. Und das ist also auch wirklich eine ganz, ganz tolle freiwillige Leistung von dem Zoo Neunkirchen. Deswegen Chapeau und Daumen hoch dafür. Rote Pandas sind übrigens in Berlin geboren. Und rote Pandas sind ja also die kleineren Pandas und nicht die großen schwarz-weißen, sondern die rot-weißen. Und die sind also wirklich auch sehr, sehr stark bedroht, ernähren sich wie die großen Pandas eben auch von Bambus, überwiegend zumindest. Und die sind jetzt gerade im Zoo Berlin geworden. Das freut mich total. Und deswegen herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle nach dem Zoo Berlin. Es sind noch weitere Jungtiere geboren, beziehungsweise ein ganz, ganz selten. eines Jungtiere und zwar nämlich ein Orang-Utan-Baby im Zoo Leipzig. Und das erfreut sich bester Gesundheit. Und deswegen möchten wir auf jeden Fall ins Pongoland, so heißt nämlich die Affen-Erlebniswelt im Zoo Leipzig. Schöne Grüße ausrichten. Und ja, alles Gute zur Geburt eures Orang-Utan-Babys an dieser Stelle. Der Zoodirektor Dr. Jens Overheckel aus dem Zoo Landau, der wurde mal wieder in seinem Amt bestätigt. Und zwar nicht nur als Zoodirektor, sondern auch als Tierschutzbeirat des Landes Rheinland-Pfalz. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Der hat es schon wirklich sehr, sehr lange, dieses Amt inne. Wird immer wieder bestätigt. Macht also wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Ist auch super aktiv im Artenschutz. Deswegen Chapeau an Dr. Jens Overheckel. Er macht also wirklich sehr, sehr, sehr viel für den Artenschutz. Also wirklich bemerkenswert. Dann haben wir ja diese Woche einen ganz, ganz spannenden Umzug gehabt. Und zwar konnte ich also zusammen mit der Botaniker Bremen die Gibbons, die dort leben, umziehen lassen. Mit dem gesamten Team haben wir also nicht nur irgendwie an zwei Tagen den Umzug gemanagt, sondern das war also wirklich viele, viele Monate vorbereitet. Genauer gesagt, fast ein halbes Jahr wurden die Tiere an die Transportboxen trainiert, dass es funktioniert. Das sind wirklich teilweise sehr, sehr schreckhafte Tiere, die vorher nicht trainiert waren. Jetzt sind sie trainiert. Das Team hat das wunderbar hingekriegt. Also wirklich einen großartigen Erfolg. Wir mussten nicht mit dem Kescher die Tiere fangen oder ähnliches. Die Tiere waren an die Boxen gewöhnt. Wir konnten sie so umziehen lassen und die haben jetzt ein mega cooles neues Zuhause. Da wurde also ein Gebäude errichtet. Wir waren auch zumindest Teil des Planungsteams. Und das ist also eine Schmetterlingshalle. Dann eine Affenhalle, einen Affenbereich für die Haltung der Gibbons im Innenbereich. Und einen großen Außenbereich, wo also die Gibbonaffen klettern können, an die frische Luft können. Und das ist also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir haben also vier Gibbons, Weißhand-Gibbons, um genau zu sein. Und wir arbeiten also wirklich schon recht lange für die Botanica Bremen, gerade wenn es im Bereich Tierhaltung geht. Und die haben den Umzug also wirklich großartig hinter sich gebracht. Ihr konntet es auch in der Story sehen. Damit waren wir also zwei Tage beschäftigt. Und das war eine ganz, ganz tolle Aktion. Das Team hat also wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. An dieser Stelle noch schöne Grüße nach Bremen in die Botanica. Es lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufahren und sich das neue Affenhaus und das neue Schmetterlingshaus anzugucken. Und da gibt es auch viele, viele andere Tiere, die man entdecken kann. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in der Botanica Bremen. Wer sich jetzt fragt, okay, was ist die Botanica? Bremen hat doch eigentlich gar keinen Zoo. Und tatsächlich ist es so, Bremen hat auch keinen Zoo. Aber die Botanica ist ja Botanische Garten von Bremen. Und da kann man also auch eine Menge Tiere entdecken. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ja, dann war ich diese Woche noch in Berlin. Zwei Tage, genauer gesagt zweieinhalb Tage. Ich bin nachts angereist, nachts wieder gefahren. Und zwar in der Tierpflegemeisterschule. Auf der Herrstraße gibt es also eine Meisterschule für Tierpflegemeister. Ich habe das oder die glückliche Situation, dass ich den Schülern dort als Zoo-Fachpraxislehrer ganz, ganz viel über Zoos beibringen kann. Über Artenschutz, über den Zoo der Zukunft, über Kommunikation und auch über Tierhaltung. Und es war eine wirklich super Truppe dieses Mal. Und wir haben so viel gemeinsam erarbeitet. Wir haben eine ganz, ganz neue Lernstrategie entwickelt in unserem Büro, wo wir gemeinsam also wirklich sehr, sehr viel lernen können. Und das war ein toller Erfahrungsaustausch, auch von der gesamten Truppe. Ich lerne auch immer selber wieder Neues dabei. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf Oktober. Da bin ich nämlich wieder in Berlin und kann also wirklich da für die Meisterschule alles geben. Und ja, wir werden auch den Zoo im Oktober besuchen, im Zoo Berlin. Und da auf jeden Fall auch noch mal viel über die Praxis vor Ort lernen. Ja, jetzt möchte ich auch noch ein bisschen was zu einem weiteren Tag, der für uns sehr, sehr besonders war, diese Woche erzählen. Und zwar haben wir den Grimpinger Hof vorgestellt. Wer sich jetzt fragt, was ist das überhaupt? Und zwar komme ich ja aus Coesfeld und unser Büro für Freizeitparkplanung, also Animal and the Moose mit Parkdesign und unser Büro von Zoo- und Tierpark-Service, der German Wildlife Service, ist ja im schönen Münsterland. Und im schönen Münsterland gibt es eine Stadt, das ist Coesfeld und das ist meine Heimatstadt. Und wir haben also vor einigen Jahren eine Anfrage aus der Bürgerschaft bekommen. Und zwar soll nämlich da im Zuge einer Gewässerumgestaltung ein Stadtpark umgestaltet werden. Da war also früher ein Ententeich. Die Entenhaltung ist nicht mehr so wie früher. Das wissen die Experten aus der Fachpraxis, wissen das, dass man die Entenhaltung eben so nicht mehr zeitgemäß durchführen kann. Und der Ententeich wird also dort abgerissen. Ich selber als Kind bin früher sehr, sehr oft zum Ententeich gefahren und habe also die Enten damals noch fälschlicherweise mit Brot gefüttert. Heute weiß man, dass man das nicht mehr macht. Früher war es so üblich und da war am Sonntag gerade wirklich sehr, sehr viel los immer. Heutzutage ist das alles nicht mehr so. Der Park ist quasi leergefegt, fast ausgestorben, will man meinen. Und das ist ein Stadtpark, der wirklich brach liegt, muss man sagen. Und viele Bürger sind auf ihrer Initiative, haben mich herangetreten und haben gesagt, Mensch Markus, da müssen wir doch irgendwie was machen. Und das war doch so toll früher mit den Tieren im Park. Und kann man nicht den Ententeich eventuell erhalten oder irgendwie ersatzweise was schaffen. Das ist auch schon fast drei Jahre her, wo diese Idee rauskam und wo es als erstes Mal um die Umgestaltung des Stadtparks ging. Wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht erst mal und haben die Idee des Grimpinger Hofs entstehen lassen. Der Grimpinger Hof soll ein Naturschutz, Artenschutz und Freizeitzentrum werden und gleichzeitig ein Bildungsort darstellen. Und nicht nur für ganz normale Schulkinder und Kindergartenkinder, sondern auch für Menschen, die eine Benachteiligung haben und quasi Arbeit mit Tieren gerne machen würden, vielleicht zurück ins Berufsleben einfinden sollen, also einen Inklusionsbetrieb. Und der Stadtpark ist nicht ganz so groß. Das sind rund 4.500 Quadratmeter, die wir da überplanen können. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Auf einer großen freien Fläche kann man sich natürlich planerisch als Fachplaner im Zoo-Bereich und Freizeitbereich auslassen. Aber auf einer kleineren Fläche ist das wirklich schon eine etwas größere Herausforderung. Aber wir haben uns deren angenommen und haben also in der Animal Collection Planung hauptsächlich kleinere Tiere geplant und vor allen Dingen vom Aussterben bedrohte Tiere. Aber da möchte ich später noch mehr zu sagen. Erstmal möchte ich euch einmal das Logo zeigen. Wir haben es nämlich diese Woche den Ausschüssen in Coesfeld vorgestellt und zwar dem Umweltausschuss und dem Planbauenausschuss. Und das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht, den Politikern vor Ort das Ganze zu darzustellen, zu erklären, denen von unserer Idee zu begeistern. Denn wir wurden damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu diesem Projekt durchzuführen. Und wir haben also wirklich ganz, ganz lange daran gearbeitet. Am Ende sind 106 Seiten Machbarkeitsstudie dazu rausgekommen. Und wir sind der Meinung, dass wir ja sehr wohl in dem Stadtpark dieses Projekt umsetzen können. Insgesamt sind Baukosten von ungefähr 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Und das kostet am Ende einen Zuschuss der Stadt von jährlich ungefähr 190.000 Euro. Dafür bekommen aber die Bürgerinnen und Bürger freien Einte zu einem Bildungs- und Erlebniszentrum, die gleichzeitig sich sehr stark für den Artenschutz einsetzen. Und was wir da alles vorhaben, das erkläre ich euch gleich. Erstmal möchte ich euch das Logo vorstellen, was wir uns so überlegt haben, wie der Grimpinger Hof also quasi aussehen könnte, zumindest als Logo. Und wir haben natürlich auch ein paar Zeichnungen gemacht, Gebäude gezeichnet und so weiter. Aber das Ganze soll kein feststehender Klumpen sein, sondern wir wollen also quasi mit euch Bürgern zusammen die Idee weiterleben, weiterentwickeln. Wir haben also jetzt ein Konzept geschaffen, wir haben ein Rahmenprogramm gestrickt und insgesamt wollen wir das natürlich mit euch weiterentwickeln, mit den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Münsterland zusammen also wirklich Artenschutz machen und das vor Ort. Und nicht nur darüber sprechen und bei Gefällten bei Facebook und sonst wo klicken, sondern es geht darum, wirklich Artenschutz zu machen. Und das haben wir wirklich vor. Ich erkläre euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Erstmal das Logo. Guckt euch das mal an. Das ist das Logo vom möglichen Grimpinger Hof in Coesfeld als Stadtparkgestaltung. Und da soll es also wirklich einen Spielplatz geben. Ganz im münsterischen Style soll da quasi eine Art Hofstelle entstehen beziehungsweise im westfälischen Style. Und da sollen natürlich auch Tiere einziehen, aber auch einen erlebenden Spielplatz und ganz, ganz viel Bildung zu Hause finden. Wir wollen einen riesen Hundespielplatzplan an der Stelle, wo also Menschen mit Tieren zusammen hingehen können. Wir wollen alle Bevölkerungsgruppen ansprechen, sowohl Kindergartenkinder, die bei uns einen Ranger machen können, bis hin zur vierten Klasse, die also einen Waldinspektor, eine Waldinspektorprüfung machen können. Und ich freue mich total auf diese tausenden Kinder, die also wirklich ganz glücklich da durch die Gegend rennen und ein Stück Bildung mit nach Hause nehmen und einfach wissen, was man im Wald, wie verhält man sich im Wald, welche Tiere leben in unseren Bächen, wenn ich einen Vogelkasten aufhänge, wie muss der aussehen, wie oft muss ich den reinigen, was sind bedrohte Tiere und das also wirklich als Auge, als Herz in Coesfeld zu veranlagen. Da können wir also wirklich die Stadt ganz gut mit bereichern. Wir können also wirklich Naherholung und Bildung schaffen, vor Ort und gleichzeitig Arten schützen. Aber apropos Arten schützen, welche Arten sollen überhaupt eventuell in den Grimpinger Hof von unserer Empfehlung her einziehen? Und so haben wir uns nämlich ganz intensiv dazu Gedanken gemacht. Und zwar soll es eine Mischung aus vom Ausstellen bedrohten Haustierrassen gehen und vom Ausstellen bedrohten Wildtieren, auch vielleicht einheimische Wildtiere und einigen wenigen exotischen Arten. Und anfangen möchte ich da mit Alpakas, den wohl beliebtesten Tieren aktuell, genauso wie den griechischen Landschildkröten, die immerhin auch unter dem Artenschutz fallen und sehr, sehr oft falsch gehalten werden. Wir möchten also die Menschen darüber aufklären, wie man Alpakas und griechische Landschildkröten richtig hält, nämlich draußen und nicht in einem kleinen Terrarium drin. Dann wollen wir natürlich Erdmännchen haben. Erdmännchen sind das Must-Have in jedem Park. Und wir können die sehr, sehr gut halten. Erdmännchen brauchen keine fünf Hektar große Gehege. Die kann man sehr, sehr gut in sehr, sehr guten Sozialgruppen, in Zoos auch halten. Genauso wie den europäischen Feldhamster, den wir auch wieder auswildern möchten. Züchten, auswildern, da gibt es also mehrere Projekte. Ich habe auch hier schon an dieser Stelle darüber berichtet. Europäische Feldhamster sind fast ausgestorben in Deutschland. Nur in ganz, ganz wenigen Orten gibt es sie noch. Früher waren sie sehr, sehr häufig, galten sogar fast als Plage. Und heute sind sie fast verschwunden. Unsere Verantwortung ist es, diese Verantwortung auch zu übernehmen, die Tiere wieder anzusiedeln. Und das kann eben kein anderer, außer Zoos. Ja, die nächste Tierart, die ich euch vorstellen muss, ist natürlich die afrikanische Zwergziege. Die darf in keinem Tierpark fehlen. Und zwar wollen wir nämlich den Umgang mit Tieren den Kindern beibringen. Und die Zwergziege mag es gebürstet zu werden. Sie baut eine innige Beziehung zu den Betreuern auf. Und das alles ist sehr, sehr positiv, gerade für eine Tier-Mensch-Bildung. Und deswegen wollen wir natürlich auch Zwergziegen da einsetzen. Aber Achtung, keine Böcke, weil die riechen die ein bisschen. Da kann man also schon feststellen, dass da Böcke leben. Und deswegen wollen wir nur weibliche Ziegen dort halten. Genauso wie bei den Quaisonschafen. Quaisonschafen sind vom Aussterben bedroht. Und zwar gibt es nur noch ungefähr 3000 Tiere dieser bedrohten Schafrasse aus Frankreich. Und das sind tatsächlich auch die kleinsten Schafe der Welt. Und da wollen wir natürlich auch uns an der Zucht dieser Tiere beteiligen. Und da wollen wir dann regelmäßig auch mal einen Bock kurz ausleiten, damit er die Tiere eindeckt, dass es auch junge Lämmer gibt, die also für den Arterhalt dienen. Da wollen wir also kooperieren, zum Beispiel mit der Gesellschaft der Arterhaltenden-Nutztierhaltung. Und da wollen wir auf jeden Fall mitmachen. Genauso wie bei der ZGAP, bei der Zoologischen Gesellschaft für Arten und Populationen schützt die also verschiedene Programme, zum Beispiel auch für Feldhamster unterstützt. Ja, dann wollen wir auch Parma-Kängurus halten. Also eine wirklich sehr, 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 sehr kleine Wallaby-Art. Uh, da springt der Buschi hier. Guck mal her, Buschi. Die kleine Wallaby-Art springt hier so fast wieder Buschi hier. Das ist auch schon wieder weg. Die ganze Zeit durch die Gegend. Und zwar kommen die nämlich aus Tasmanien, waren auch tatsächlich schon mal fast ausgestorben. Heute gibt es wieder einige tausend Tiere von dieser Art. Trotzdem sind die also immer noch vom Ausstellen bedroht, beziehungsweise bedrohte Tiere. Und da müssen wir auf jeden Fall weiter züchten. Das belgische Bartkaninchen ist übrigens ebenfalls vom Ausstellen bedroht. Ungefähr 600 Tiere gibt es davon. Das ist eine ganz, ganz bedrohte Haustierrasse. Und der Zentralverband Deutscher Kaninchenzüchter empfiehlt, diese Art zu züchten und zu erhalten, bevor sie ausstirbt. Und nicht nur der empfiehlt das. Wie, also zehn von diesen insgesamt 14 Arten, die wir planen, sind vom Aussterben bedroht und werden zum Teil von der Europäischen Kommission und der Biodiversitätsstrategie der EU dringend empfohlen, diese nachzuziehen in der Haltungssuchtprogramme. Und da wollen wir natürlich mitmachen. Dann gibt es noch eine ganz, ganz tolle Tierart, die also wirklich einen sehr, sehr interessanten Bezug zu der Region hat. Und zwar das Münsterische Meerschweinchen. Und zwar ist das kein Hausmeerschweinchen, sondern ein Wildmeerschweinchen, was 2004 entdeckt wurde. Und zwar von einem Team der Uni in Münster. Und deswegen heißt es Münsterisches Meerschweinchen. Wildwellensittiche sollen bei uns einziehen, um zu zeigen, wie man Wellensittiche wirklich hält und auch artgerecht unterbringt und nicht alleine den kleinen Koko in so einem Mini-Käfig einzusperren. Schweibensittiche sind ganz, ganz bedrohte Sittiche aus Australien. In den letzten Jahren ist der Bestand auf ein Viertel des Weltbestandes zurückgeschrumpft. Da müssen wir also aktiv handeln, um diese Tiere zu erhalten. Und ganz, ganz bedroht sind zum Beispiel auch die Kletschertauben, die geplant sind. Kletschertauben gibt es noch ungefähr 350 Stück weltweit. Das ist eine ganz bedrohte Haustaubenart, die also wirklich sehr, sehr standorttreu ist und tatsächlich auch frei fliegen kann im Stadtpark in Coesfeld. Sumpfohreulen sind ganz, ganz bedrohte einheimische Eulen. Es gibt ungefähr noch 200 Paare in Deutschland. Die lohnt es sich zu züchten und wieder anzusiedeln, bevor sie bald weg sind. Und das ist unsere Verantwortung, die wir genauso bei den Altsteiner Hühnern übernehmen müssen. Weltbestand liegt bei ungefähr 600 Tieren. Und auch die gilt es zu züchten und zu erhalten. Wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein und also in Zukunft einen Teil für den Artenschutz leisten. Und das können wir nicht, indem wir in irgendeiner Weise irgendwo irgendwas befürworten und selber nie Hand anlegen. Wer sind eigentlich diese Artenschützer? Das fragen sich wirklich viele Leute, weil es wird viel darüber gesprochen. Aber am Ende muss es auch einer umsetzen. Und das können wir machen. Wir möchten das gemeinsam zusammen mit der Stadt Coesfeld weiterentwickeln mit den Bürgerinnen und Bürgern und wollen also versuchen, das ganze Projekt umzusetzen. Das liegt jetzt an der Diskussion, die in der nächsten Sitzungsfolge tatsächlich stattfindet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt an dieser Stelle. Eventuell euer Go gibt, die Idee mit uns weiterzuentwickeln, Feedback gibt, was ihr toll findet, was ihr nicht so toll findet. Die Zeitung berichtet regelmäßig darüber. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch an dieser Stelle für die Unterstützung. Danke. Und wir wollen dieses ganz tolle Projekt gemeinsam also mit euch gestalten. Und deswegen freuen wir uns also auf jeden Fall über Feedback. Ja, Arten sollen einziehen. Arten sollen geschützt werden. Und das wollen wir also quasi mit den Besucherinnen und Besuchern zusammen machen. Und da gibt es also verschiedene AGs mit den Schulen und dass die auch in verschiedenen Altersgruppen tatsächlich auch sich daran beteiligen können zusammen mit den Mitarbeitern von uns. Also da wirklich einiges zu leisten. Und Inklusion ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben aktuell also auch einen Inklusionsmitarbeiter, der sich also wirklich so gut gemacht hat. Ich bin richtig stolz auf ihn. Das ist der Niklas. Und Niklas reißt hier jeden Tag wirklich alles. Er kümmert sich um die Tiere. Der hat so ein tolles Gefühl für die Tiere. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Danke an Niklas. Du bist echt ein super Mitarbeiter an dieser Stelle. Und ich freue mich auf jeden Fall mega, dass wir dich haben. Und er hat also wirklich echt einen ganz, ganz tollen Arbeitsplatz bei uns gefunden. Aktuell arbeitet er nämlich bei uns in Kornis Mais Labyrinth und versorgt da nämlich unsere Büffel, unsere Alpakas, unsere Schafen und Ziegen. Und das macht er also wirklich sehr, sehr toll. Da geht es übrigens nächste Woche auch ab. Und zwar wollen wir nämlich einen Mondlabyrinth machen. Das heißt, nächste Woche Freitagabend gibt es also von 19 Uhr bis 23 Uhr die Nachtversion von Kornis Mais Labyrinth. Also das wird ein bisschen gruselig. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach vorbei. Ich bin auf jeden Fall auch da. Vielleicht können wir da auch ein paar Sätze wechseln. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ja, jetzt möchte ich euch aber noch so ein paar Bilder zum Grimpinger Hof zeigen. Und zwar haben wir auch ein paar Pläne gemacht. Ich zeige das mal hier in die Kamera. So soll zum Beispiel der Hof selber, die Hofstelle und der Spielplatz aussehen. Und ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. So soll der Spielplatz aussehen. Das ist also wirklich eine Komposition aus den beliebtesten Spielplätzen in den Freizeitparks. Wir haben also wirklich mit ganz, ganz vielen Menschen da zusammengearbeitet an dieser Studie. Insgesamt haben zwölf Fachexperten an dieser Studie gearbeitet. Und das hier ist der Tierhaltungsbereich. Es gibt also verschiedene Wiesen, wo die Tiere grasen können. Es sind alles ganz, ganz kleine Tiere. Zum Beispiel so ein Cuisantschaf wiegt ungefähr neun Kilo. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das sind aber wirklich die kleinsten Schafe der Welt. Und auch so ein Erdmännchen wiegt ja gerade mal ein Kilo. Und wir haben also wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen in der Haltung dieser Tiere gemacht. Und haben also dieses alles in der Animal Collection Planung berücksichtigt. Und ja, der Streichelzoo wird sicherlich ein ganz, ganz toller Anziehungspunkt mitten in der Innenstadt sein. Und da freuen wir uns auf jeden Fall tierisch drauf, wenn das gemeinsam umgesetzt werden könnte. Und da brauchen wir auf jeden Fall viele Befürworter für. Und wenn ihr Lust auf das Projekt habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt. Sogar die Caritas und auch Haus Hall, also ein nachhaltiger Träger für Inklusionsarbeit, hat sich also quasi auch schon dazu bereit erklärt, wenn das Ganze konkret wird, das alles auch zu unterstützen. Und auch quasi seine Mitarbeiter ja quasi auch gemeinsam mit uns einzusetzen und da zu schulen und weiterzuentwickeln und gemeinsam ein ganz tolles Projekt daraus werden zu lassen. So, jetzt habe ich echt einiges darüber erzählt. Ich würde mal fragen, ob ihr vielleicht noch eine Frage habt. Dann könnt ihr die jetzt einfach in die Kommentare reinschreiben und stellen und dann würde ich euch die beantworten. Aber erstmal beantworte ich dieses Thema hier. Und zwar hatte ich euch ja eingangs gezeigt dieses, ja, ganz interessante Konstrukt. Das sieht aus wie ein Armreif, fühlt sich ein bisschen an wie Plastik, ist hinten etwas dicker, vorne verjüngt und es ist so ein bisschen aufgekringelt. Was ist das, war meine Frage eingangs. Und was ist es eigentlich genau? Und zwar möchte ich euch das jetzt sagen. Ich gucke mal vielleicht in die Kommentare kurz rein, ob einer schon eine Idee hatte. Ich möchte Dömner Wildpferde, kommt jetzt gerade hier zum Grimpinger Hof großartig. Dafür haben wir leider keinen Platz. Die brauchen ein bisschen mehr Platz. Deswegen können wir das leider nicht machen. So, jetzt gucken wir nochmal rein, wer vielleicht noch eine Idee hatte. Ein Reifen, der an einem Bein von einem Tier war. Ist eine Idee. Giraffenschwanzhaar, höre ich hier. Zahnseide, ja, aber da müsste man schon wirklich eine große Zahndücke haben, Felsen. So, oder ein Halsband, okay. Das sieht alles eher so ein bisschen nach nicht einem tierischen Produkt aus. Jetzt höre ich hier eine Vibrisse. Ich möchte das Ganze erstmal aufklären. Und zwar ist das hier nichts anderes als ein Elefantenquastenhaar. Und so lang ist es nämlich, ich versuche das mal hier in die Kamera zu halten. Das ist ein einzelnes Haar und das kann man wirklich nur durchschneiden, wenn man da wirklich mit einer Drahtschere drangeht. Und das ist also wirklich sehr, sehr starr. Und damit jagen die Elefanten, die fliegen von ihrem Körper und schlagen da tatsächlich die Insekten von ihrem Popo mit weg. So groß ist ein Elefantenquastenhaar. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht auch richtig mitraten. Wer nicht richtig geraten hat, der kann auf jeden Fall beim nächsten Rätsel, ja, vielleicht nächste oder übernächste Woche viel mehr daran teilnehmen und vielleicht sein Glück versuchen. Falls der Hof gebaut wird, wie lange beträgt die Bauzeit? Also fragt ZooFan, danke erstmal für deine Frage. Also die Bauzeit beträgt ungefähr ein halbes Jahr, muss man rechnen. So mit dieser Bauzeit rechnen wir ungefähr. Und tatsächlich fängt das also frühestens erst in zwei Jahren an, weil im Zuge dieser Gewässerumplanung, dieser Neugestaltung des Stadtparks erst in zwei Jahren begonnen wird. Das heißt, es ist ein bisschen Zeit und Geduld brauchen wir dafür noch. Aber es muss auch noch eine Menge entschieden werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem Stadtrat müssen wir also einen gemeinsamen Weg finden, um Projekte zu realisieren. Und da wird es also auf jeden Fall in der nächsten Sitzungsfolge, ja, weiter beraten werden und weitere Ergebnisse hoffentlich erwartet werden können. Immerhin ein Tierhaar hatte ich ja getippt. Perfekt. Sehr gut. Ja, wir sind erstmal an dieser Stelle am Ende mit der Wildlife-Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues über wilde Tiere, Artenschutz erzählen. Alles das, was Neues, möchte ich euch immer wieder alle 14 Tage in der Wildlife-Zeit rüberbringen. Ich freue mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich mega, dass ihr euch vielleicht auch für den Grippinger Hof interessiert. Unser Artenschutzprojekt und Bildungszentrum für bedrohte Tierarten und für Naturerlebnisbildung. Und ich freue mich, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wer jetzt nicht immer Sonntagsabends Zeit hat oder vielleicht keinen YouTube-Kanal bzw. YouTube-Videos gerne sehen möchtet, der kann uns nämlich auch anhören als Podcast. Überall da, wo es Podcast gibt, zum Beispiel auf Spotify, könnt ihr unseren Podcast der Wildlife-Zeit quasi runterladen. Wer hat keine Zeit, dann kann das also bequem aus dem Autohaus machen. Schön morgens auf dem Weg zur Arbeit gibt es also die Wildlife-Zeit auch zum Anhören. Ganz viele tolle Videos, auch außerhalb der Live-Sendung, die wir alle 14 Tage Sonntags machen, gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal der Wildlife-Zeit. Da stellen wir auch immer wieder Touren rein, die wir machen. Zum Beispiel ist da unser Video aus Polen dabei, wie wir also Luchse wieder ausgewildert haben in Polen und auch über viele andere Projekte. Das Ganze könnt ihr dann quasi auf YouTube live mitverfolgen und ganz nah dran sein an wilden Tieren. Euch wünsche ich erstmal noch einen schönen Sonntagabend. Wir alle hatten herrliches, tolles Wetter, hier in Münsterland zumindest. Und ich hoffe, dass wir uns bald bald wiedersehen, am Sonntag in 14 Tagen aller spätestens. Bis dann, Leute. Ciao. Bleibt neugierig.